Und rein, und rein, und rein, Junge, und es schellert ihr alle um, Junge, und rein. Hallo YouTube, herzlich willkommen zu der letzten Folge Subclips. Ja, ihr habt richtig gehört, das ist hier die letzte Folge in diesem Format. Wir werden das Format ändern und wie genau das Ganze passieren wird, werde ich euch am Ende des Videos verraten. Und hier schauen wir jetzt erstmal mal eure Plays hier ein, welche habt ihr alle nochmal zu allerletzt hier eingesendet. Ich bin gespannt drauf und ich freue mich natürlich auch, euch das neue Format mitzunehmen. Deshalb springen wir rein, erstes Video, erster Clip, meine Damen und Herren, von dem lieben Kebab. Und ich würde sagen, der Chat ist bereit, ich bin bereit, let's go. Stream nebenbei offen, man kennt ihn. Support ist da. Schade, Junkrit. Wait, what? Also auf Kodo. Tipp Nummer zwei vom Kebab. Mit der Anna. Okay. Ich call Genji's Lieb. Oder? Nee, kein Blade. Oh. Reinhard's Lieb, okay. Nice. Damien of Winston, was ist das denn? Ah, okay. Schön, ihr kennt's. Oh, das ist ein nice Primal. Das ist ein nice Primal. Der Dschungelkönig ist da. Der Dschungelkönig. Wo sind die Gegner? Jetzt ist er, warte mal, was? Hä? Ich hab den Monkey gekillt, what? What, der hat 60% Ult dadurch bekommen. Okay, 3k, easy. What? What, der hat 60% Ult dadurch bekommen. Guck dir das an. Guck dir das an. 0%, 0%, 0%, 0%, 0% und 58%. Er bekommt einfach auf NAS 60% donated. Irgendein Lisa-Pizza-Fan gehopst. Let's go, Niii. Für dich, Verdi-Me. Für dich, Verdi-Me. Für dich, Verdi-Me. Junge, geil. Für dich, Verdi-Me, hol ich die Breakers auch noch. Komm, mach das. Junge. Für dich, Verdi-Me, für dich. Verdi-Me, für dich. Ich glaub, Scrim. Ach, du Kacke. Scrims? Scrims, Leaks? Ball, Torp? Was ist das für eine Com? Was spielt der da, Alter? Was seh ich hier? MagSax? Adeto, Maze. Was ist das? Digga, was sind das für Scrims, Alter? Was ist das? Warum ist der MagSax? Digga, das war doch der Main Tank für NRW. Warum ist der jetzt da bei euch? Hä? What the fuck? Oh, Seri. Oh, da muss ich jetzt mal ganz kurz hören. Seri wird Hops genommen? Man, Digga, du fuckst so ab, Alter. Du hast so einen kleinen Schwanz, no joke. Ist irgendwie, ist Fortnite heute irgendwie lange Queue, weil ein neues Fortnite-Update rauskam mit irgendwie Autos oder so? Cringe. Ach nee, Digga, der Enemy-Hamster hat auch... Der Enemy-Hamster ist ein Viewer, Digga. Der wird gerade so einen fetten Cock haben. Ja. Wir müssen morgen allen Leuten in der 5B erzählen, dass er uns gefickt hat, Digga. Ja, hat er aber nicht. Wir dürfen nicht gegen ihn verlieren. Oh, no, 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 no. Okay, dude. Für den Kontext. Der Seri Larry war der liebe Hamster bei den Gegnern. Der war der Hamster bei den Gegnern. Hier, aus dem Clip halt, war der im Gegnerteam von Papaplatte und Nebelnig und hat wohl Papaplatte im Spawn gecampt. Und ja, da wurde halt der ein oder andere Spruch gedrückt, sag ich mal, ne? Au! Au! Oh, Yoshi, DPS, Gott, der arme... Junge, was machst du mit dem... Guck mal, der Gesicht... Junge, guck mal, der Nasenlöcher an. Guck's an! Guck rein. Genau so, Alter. Guck der. Oder? Nee, ist ein anderer Clip, oder? Wiss das? Das war ein geiler Mal. Die haben's. Bob steht drauf. Ich weiß, zählt das? Zählt, wenn Bob drauf steht? Die doesn't know-chain. Oh, wir konnten nochmal tippen. Wir können nochmal tippen, Digga. Was? Oh mein Gott, actually true? Wait, what? Die gewinnen? Ich hab wass nicht. Geiles Movement, holy shit. Hey, Chat, richtig cringe, Alter. Richtig intense fight. Er grüßt erst mal Chat. Was? Aha! Ja, ich spiel keinen DPS mehr, Digga. Ich bin der größte Schmutz-DPS, den die Welt je gesehen hat. Ich bin einfach nur kacke karl. Kacke karl. C9. Das war so C9. Das gucken wir uns nicht an. Samia, Samia. 5B-Gameplay, bräuch ich uns nennen. 5B-Gameplay, auuuh. Die Hand anfängt selber zu denken, ist einfach so, gell. Like, what the hell? Guck dir das an, ich bin einfach nur weggefegt worden. Und da ist jetzt die Tracer gekommen und ich hab keine Ahnung, wie ich die bekommen hab. Guck dir das an. Ich hab einfach automatisch irgendwo hingezielt. Und war tot. Einfach aufgewischt, ja, moin. Und weg. Echt so heck, Alter. Was ist das? Ja, aber du bist so eine Sache, aber du kannst dich nicht mal so ein paar schöne Sachen und ich hoffe, es ist einfach nur das, was du willst. Ich bin ja nicht mal wieder zu Hause. Und in dem Moment weißt du einfach nur so, bah, scheiße, jetzt hab ich die TTS Leute bei mir. Ey, ey, Vorteil ist, Alter, ich komm Nostrino immer näher, Alter. Naja, guck mal, ich bin fast dir, Alter. Ich komm immer näher, Alter. Wenn man's falsch versteht. Just do it. Junge, du kleiner, verdammter Pisser, Junge. Was soll das, Junge? Mit dir hab ich heute geduot, Junge. Und jetzt beleidigst du mich, Junge? Was willst du eigentlich von mir, hä? Was willst du eigentlich von mir, Junge? Ich schwör, ich zieh dir deine verdammten Ohrläppchen wieder komplett lang, Junge, Kollege. Dann darfst du gleich nochmal zum Arzt rennen, Junge. Was willst du eigentlich? Du verdammter Halunke, Alter. Ja, ehrlich, Junge. Oh nein, oh nein. Überbombe? Nein. Nein, ich hab gesagt, es geht aus dem Punkt. Und ich bin extra vor die Wand gegangen. Oh mein Gott, du. Oh mein Gott. Au, 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 au. Au, au, au. Es tut so weh, es tut so weh, es tut so weh. 100 Shards, einfach und weg. Yoshi. Oh, ansonsten. Skull. Sigma, dead. Geji? Er ist tot. Ey, ok, gegen den DPS kann man verlieren. Guck dir den an. Er ist tot. Ist ja crazy. Oh, nimm er sie? Panzer. Er ist tot. Hey, gegen den kann man verlieren. Gegen den kann man verlieren. Nächster Clip. Oh oh. Viewer Games, Freunde. Viewer Games. Ich hab hier, ich hab hier. Dann, schau dir. Nein, kannst du Karten machen? Nerf this? Nein. Nein, nein, nein. Der Verdi. Nehster Clip. Oh. Was geht jetzt ab? Oh, ok. Nice Rollout. nice 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 und rein ich ja okay oh mein gott alter nein oder nein oder nein oder nein oder nein was ist das für ein game digger hey der will der kann sein smurf oder was ist das was als ob die alle da rein hinten als ob der gefühle alter so gut jürgen geht schwimmen nein oder jürgen das ist jetzt nicht passiert das ist jetzt aber wirklich nicht passiert oder bus bauen let's go quick play andy oh junge da haben wir gespielt mit leer und so da bin ich auch dabei gucke und rein und rein und rein und rein junge und der schellert die alle um junge und rein ich schwöre da war ich mit dabei ich schwöre da war ich mit dabei tracer blinkt rein oder combo was soll das junge toxic aus dem und und ist die tracer lucky kriegt und drei zwei eins ok war predigt war gut war nicht lucky war gut und zwar mitgespielt mitgespielt ich kann die besser als du jürgen möchte gern gm support alter und jetzt junge tschüss was geht ab hast du gesehen jungen alter so ok der play war cool aber bitte ganz kurz was ist das für eine konversation zwischen euch beiden selbst die kannst du nicht ich kann die besser als du möchtigen gm support man ja man sagt einfach ja man und fertig nach i guess i guess charlie ist der klügere er gibt einfach nach da habe ich mal gespannt wenn wir später mit jigs mit lenny und rein und rein und rein und jetzt wird dann ohne rein aber eingefroren wie scheiße mqp gegen die gegen damien mqp gegen damien unser reinhard wollen wir wollen sich einen aussuchen der 24 stunden im chat gebannt wird ja das ist der hallo hat er nicht ganz gehört aber der mqp was er macht ist halt hier kurz diese er macht den weggucken und dann reinschattern trick und den hat davor damien 34 mal gemacht und immer ein schild von dem kupé macht das erste mal kriegt sogar damien mit eigenem träg aufs genommen junge gz wir sind richtig mattd ich will euch nicht nehmen, ich will mich zuerst nachhören aber ich mache sehr viel Ah, 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 chillig, 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 instant kam er wieder, danke, 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 okay, eins, okay, zwei, okay, oh, nice, okay, drei, okay, clean up, for good, Matucha, Matan, gegen, das war heute, Junge, heute Viewer Game, live, passiert, Junge, live, ich war dabei, Ich war dabei, Junge, ich war dabei, ich war dabei, hi, da kann man sehen, rein, das Ding, Junge, rein, brauchte gar keine Ahnung, der Typ, oder warum schnittst du mich auf, was soll das denn, und jetzt, boink, ich sag's doch, ich sag's doch, Freunde, sehr schöne Clips heute mal, das war absolut geil, das war richtig nice, Freunde, und damit noch einen riesen Applaus, bitte an alle, Freunde, das war die letzte Folge Subclips, wir haben heute ein, ja, ein, wie soll man sagen, ein Kapitel beendet, lange haben wir es durchgezogen, Subclips, heute, das war eine nice Folge, das war eine nice Clips, das war eine nice Clips, und jetzt fragen sich wahrscheinlich auch viele, ja gut, aber was machen wir denn jetzt, wenn Subclips weg sind, dann haben wir doch keine nice Clips mehr, Herr Loserino, was ist denn jetzt, was ist denn jetzt los? Freunde, ich hab's euch davor erklärt, die Probleme mit Subclips, und ich glaube, wirklich, so ist es toll, aber wir können natürlich nicht drauf hoffen, immer gute, nicht so gute Clips zu haben, wir gucken uns ja alles durch, und, ne, manchmal ist es so, manchmal ist es so, und, ich glaube trotzdem natürlich, dass es für manche, für mich war es cool, aber für den anderen vielleicht wieder, hm, nee, keine Ahnung, aber die Sache ist, bei den Subclips, um was geht es da? Ja, ich hab mir die Frage gestellt, Freunde, um was geht es bei den Subclips? Was ist so der Sinn dahinter? Warum, warum, warum gibt es Subclips? Was, was wir machen? Damit, damit Leute ihre Plays zeigen können, right? Damit Leute ihre Plays, in Zukunft nicht mehr nur Panther, sondern nur Serino, nein, 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 pass auf, damit Leute ihre, ihre Plays halt zeigen können, right? Damit sie ihre Plays teilen können, Freunde. Und, das wird auch weiterhin so bleiben. Subclips, der Channel im Discord, wird weiterhin bleiben, wird öffentlich bleiben, sodass ihr alle weiterhin, wenn ihr Subscriber seid, in diesem Channel, eure Clips mit der Community teilen könnt, per Discord. Aber es gibt ein neues Format, es gibt was Neues, right? Und das ist nicht das, nicht dieser Sound, sondern, Freunde, wir haben super viele Namen hier in der Community, oder? Wir haben super viele Leute, die man hier kennt. Wie den Venom, der Palkom, der schon super lange mit dabei ist, Mr. Potato, der jeden Freitag hier reinkommt, Impraler, der wunderschöne Bilder zeichnet, Nebel mit seinen Doofels Clips. Man kennt die Leute, man kennt die Community, die Spieler. Und der Fokus der Subclips war schon immer so, dass ihr eure Plays zeigen könnt, Freunde. Doch was ist, wenn ihr eure Plays zeigt und niemand weiß, dass es eure Plays sind? Was ist, wenn wir uns einfach auf das Gameplay konzentrieren und nicht auf den Namen dahinter, Freunde? Meine Damen und Herren, ich stelle hiermit vor das neue Format, was Subclips demnächst ersetzen wird. Und meine Damen und Herren, es heißt... Yes, mein Clip, meine Damen und Herren! Und das wird das neue Format sein, Freunde. Ihr macht trotzdem eure Plays, ihr postet die trotzdem rein, aber diesmal muss der Chat wissen, wer in der Clip gehört. Ihr müsst nicht die Elo raten, ihr müsst nicht das bewerten, wie gut, wie schlecht das oder sonstiges war, sondern ihr müsst wissen, von wem das war. Ihr müsst anhand der Plays, des Skills oder was auch immer ihr erkennt, erraten als Community gemeinsam, von wem der Clip hier ist. Das heißt, Freunde, das heißt, dass wir wirklich hier Clips reinbringen, competitive Clips reinbringen und wir versuchen, Anmerkungen, Anzeichen zu finden, von wem der Clip sein könnte. Und wir werden das Ganze in einem Quizformat machen, wir werden das Ganze schön gestalten, wir werden das Ganze vorbereiten und es wird nice sein und es wird auf jeden Fall schön aufgebaut sein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.